herzlich willkommen zurück zum nächsten part von donkey kong country 1 wir sind beim boss der vorletzten welt stehen geblieben und haben im letzten part dieses schwere ich nenne es jetzt mal nicht an licht aus level geschafft und ja gucken wir mal was hier auf uns wartet dieser boss ist ziemlich strange eigentlich das ist so ein riesiger gegner spawner den kennen wir schon in der kleinen im kleinen format nur ist bei dem anders dass verschiedene gegner rauskommt man sieht schon der es kann kremlings jetzt schlangen eigentlich ganz cooler boss vor allem für die zeit damals so jetzt kommen klappt rappt so die könnte jetzt die die auch besiegen aber nur mit einer rolle ich glaube wir haben ihn auch schon gleich besiegt ein gegner kommt noch das sind die gürteltiere wenn mich nicht alles täuscht genau die sind am fiesesten sind aber auch kein problem und dann haben es geschafft einfach eigentlich ein ganz einfacher boss aber cool ich glaube schon immer gut gefallen irgendwie gut ihr seht schon das piraten schiff kommt immer näher und ja ab zu der letzten welt tankt ab travel los geht's ich erinnere mich an dieses level oder achtung ja ja ich erinnere mich daran ich wechsle mal zu dir und zwar müssen wir hier immer diese benzin fässer einsammeln sonst geht der plattform hier der benzin aus und ja ist auch wieder eine richtig coole idee so das k haben wir hier das gehen wir auch mit ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wo sich die bonus befinden keine ahnung mehr so das nehmen wir auch mit kommt wenn schon denn schon brauchen wir auch vielleicht ist hier oben was nicht jetzt nur das nächste benzin fass steht jetzt habe ich das verkackt ne oh fuck aber ich glaube ich brauchte es nicht hoffe ich zumindest was hat was mit dem bonus zu tun ich weiß es nicht ich glaube ich habe ein bonus verpasst wenn dann muss ich da noch mal schauen bei dem benzin fass vielleicht geht es dann noch weiter nach unten oder so ich weiß es nicht wir werden sehen das kann nicht sein dass hier noch gar kein bonus vorkam eigentlich was ist das jetzt hier nein nicht runterfallen fuck habe ich komme auch so hin mit dem guten sprung normal hätte man es anders machen sollen okay mit dem guten sprung ist es auch so möglich da unten wäre das eng gewesen verdammt es war auch knapp ich glaube hier kann man sich drucken ja obwohl es nicht nein kann man nicht nein sorry ich dachte man kann sich hier drucken aber das war an einer anderen stelle ja das war dumm das war jetzt von mir dumm aber ich wollte einfach ausprobieren ob es möglich ist und dann habe ich die kontrolle verloren bin gestorben sorry aber ihr habt gesehen bei der bei der ersten zinger war es möglich ihr habt es gesehen dachte eigentlich dass bei der zweiten auch geht auch wenn es nicht so aussieht ich weiß aber es geht so ich will jetzt am besten schnell zu die die wechseln er ist ja einfach besser vor allem wenn ich das wieder verkackt ich weiß nicht ob ich mit donkey auch das fass erreichen könnte ich habe es wieder verkackt ich glaube das dürfte mit donkey auch gehen ja ich glaube wir müssen das level so und das so noch mal machen da wir etwas verpasst haben so jetzt bleibe ich aber unten dann können wir das n auch noch mitnehmen das lasse ich jetzt mal weil hier gibt es nichts die bananenstarde können wir auch gut so holen jetzt springen wir aber drüber jetzt wird es ganz fieses gibt es nur noch ihr seht ja wie viel benzin da drin ist mehr oder weniger jetzt wird es jetzt wird schwer mit donkey alleine mache ich das jetzt ja kein ja ich hätte mich da drucken sollen naja verdammt jetzt sieht schon die letzten level sie ziehen jetzt noch mal deutlich an in der schwierigkeit verdammt ich hätte mich da drucken sollen die steuerung ist auch ein bisschen schwer hier auf diesen auf dieser plattform weil du wirst irgendwie so nach hinten gezogen aber jetzt schaffen was jetzt schaffen was jetzt schaffen was ich spüre es wir werden es jetzt schaffen das macht das auch mal besser hier was sagt er und verkackt wieder ich glaube viel kommt da auch nicht mehr nach den zingern glaube es sind dann schon fast am ziel gut jetzt hier aufpassen jetzt habe ich das schon besser gemacht wir dürfen mich keins verpassen sonst war es das hier ducken und hier drüber springen genau das ist jetzt hier will ich das wir haben nicht ein bonus gefunden scheiße leute haben nicht ein bonus gefunden ich habe keine ahnung wo es sich befindet ach du kacke gut leute ich würde sagen ich schneide und guck mal wo sich die bonus dann befinden weil sonst dauert es ewig bis gleich leute ok leute hier bin ich wieder am start von der stage und ich sage euch eins ich musste bei diesem bonus hier jetzt echt nachschauen weil ich ihn nicht gefunden habe ich weiß jetzt auch nicht wieder ist er hier man muss sich einfach ja man muss sich einfach hier fallen lassen wie kommt man da drauf wie kommt man da drauf und ich hoffe das ist der einzige bonus hier ich habe nämlich keine lust jetzt noch ein bonus zu suchen ich dachte jetzt vielleicht am ende der bonus irgendwie dass man sich da unten irgendwo fallen lassen muss aber nein er ist hier random bitte bitte ja es gibt nur ein jörg okay nächstes level maniac minas ach an dies level erinnere ich mich auch da werden wir noch mal rambi begegnen aber der bonus war schon echt also es zählt auf jeden fall zu den fiesesten im ganzen game ich meine ich hoffe hier ist kein bonus wenn ich dann weiß ich wo ich was vergessen habe so hier gibt es rambi und ich glaube wir sollten dem nicht verlieren und das level ist echt nicht einfach ja genau es war schon knapp war schon knapp die bananen stadt erhole ich jetzt nicht ich habe schiss hier haben wir nichts sprung 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 ok ok und der checkpoint wir bauen das tnt fast nicht wenn wir rambi haben falls ein bonus kommt ja genau wie soll ich jetzt bitte hier durchkommen ok hier haben wir was ja nice ok drei klappt krafts gleich so ups da bin ich ein bisschen zu spät gesprungen aber ist auch egal nein rambi 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 ich glaube wir haben verkackt leute oh oder ich kann es mit dem noch schaffen ich weiß nicht ob wir rambi unbedingt brauchen für den letzten bonus ich nehme mal das tnt fast mit das level es geht auf jeden fall noch länger hier ist nichts hier auch nicht hau ab du blöder assi man ich dachte der dreht wieder um oh gott ey Achtung was ist hier denn ja komm wie unfair war das denn ok ich bin zumindest hier oben und hab die die nein du sollst die die nehmen nein jetzt wieso wird das denn explodiert oh guck mal hier ich glaube wir haben es verkackt weil da unten gibt es noch einen bonus 100 pro ich erinnere mich hier ist ein bonus ja hier ist 100 prozentig ein bonus das heißt ich bring mich um komm also muss ich das level nochmal machen ich weiß es ich bin mir zu 100 prozent sicher dass hier ein bonus ist und ich dachte das tnt flas explodiert nicht deswegen habe ich es hingelegt aber das war falsch es explodiert nämlich doch aber jetzt wo wir wissen wo wir hin müssen dürfte es kein problem sein jetzt bin ich nochmal hier reingegangen aus Versehen hei 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 die kommen so plötzlich die Bananenstater nehmen mir mit die Bananen ich hoffe die sagen nichts aus diese Bananen diese Bananen die woher nach oben zeigen Sprung Sprung oh gott ey ok zack zack was kommt jetzt eigentlich bräuchte ich das tnt fast nicht unbedingt weil später gibt es ja auch noch eins aber ich nehme es jetzt einfach mal mit weil dann habe ich zwei Chancen falls ich das jetzt verkacke sieht aber ganz gut aus ja und hier ist der Bonus ja ich wusste es ich wusste es ich will auf jeden Fall das One Up haben hier so gut dann dürften wir hier auch alles gefunden haben bei mehr als zwei Bonus Level gibt es hier glaube ich nicht es würde mich jetzt stark verwundern und dann sind wir auch schon beim Ziel ja wir haben alles gut nächstes Level Misty Mine ist auch ein cooles Level Misty ist ja neblig wie man sieht es herrscht hier auf jeden Fall ein Nebel Frage ist bräuchte es TNT-Fass hier irgendwo hier gibt es auf jeden Fall wieder eine Menge von diesen Spawnern irgendwas sagt mir das hier was ist oder war das nur für hier warum ist hier ein TNT-Fass war das nur für die Bananenstaude hier ok hoffe ich zumindest dass es nur für die Bananenstaude war hier ist noch ein TNT-Fass hier geht es nicht rein hier könnte überall was sein ne Leute wow ich glaube das ist für die Rambi-Statue ja wäre für die Rambi-Statue gewesen dieses TNT-Fass hier haben wir nichts oder ich hoffe nein ich glaube da irgendwo muss man sich glaube ich hier unten fallen lassen und da ist ein Bonus aber ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher und ich will mich jetzt nicht umbringen weil ich mir echt nicht sicher bin es könnte halt überall was sein hier unten da oben ist nichts vielleicht hier unten fallen lassen ich traue mir geht die Kamera nach unten ja nicht wirklich ich traue mich nicht Leute ich traue mich nicht wir finden hier niemals alles never hier ist es hier ist es hier ist es oder ja weil das Seil schon was zum höh was zum Teufel war das denn ich war mitten in der Luft und dann wurde ich von einer Schlange anschein getroffen und DK hat dann das Seil losgelassen wow jetzt wäre ich fast nochmal gestorben wow wie unfair war das denn das ist mir auch noch nie passiert okay hier ist der Bonus das war total unfair gibt es alle KNG tatsächlich und hier gibt es gibt es Expresso echt wusste ich gar nicht mehr ähm trotzdem das war nicht der einzige Bonus und ich glaube wir brauchen dieses TNT Fass deswegen ich mich von Expresso jetzt mal verabschieden werde hier oder ja das ist so fies wenn du Expresso hast kommst du gar nicht an diesen Bonus na ich hab's verkackt das verkack ich relativ oft okay das wäre nice wenn wir jetzt doch alle Bonus gefunden hätten das wäre echt nice so wow der Klapptrap was nein ich wurde genau getroffen und dann eine Millisekunde später habe ich dann das Donkey Kong fast berührt verdammt nochmal hier oben ist nichts oder ne sieht nicht so aus jetzt werden sie ganz fies hier Sprung ja genau zumindest kann Donkey Kong die One hitten oh das war knapp scheiße chill chill chillt doch ziel 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 yes und wir haben alles gefunden sehr sehr gut 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 ich glaube Zeit für ein Level haben wir noch und zwar Loopy Lights ist auch glaube ich schon das vorletzte normale Level der Welt und ihr seht schon ist wieder so ein Licht an Licht aus Spielchen doch dieses Mal können wir das Licht selber betätigen und ihr seht schon da vorne ist so ein Klapptrap der springt die sind richtig fies und da unten ist ein Bonus anscheinend ja das macht halt auch nicht wirklich Licht ne wie ich ja damals schon gesagt habe bin ich ein riesiger Fan der Donkey Kong Reihe und ich wollte auch mal sagen woran das eigentlich liegt und zwar liegt das daran dass ich wo ich angefangen habe Videospiele zu spielen das war schon mit vier Jahren da hat mir mein Vater oder irgendwer oder wir hatten halt eine SNES zu Hause mit Donkey Kong Country 1 2 3 Mario World Yoshi's Island und Dr. Du glaube ich ich weiß nicht ob ihr das kennt und ja ihr wisst nicht wie lange ich an diesem Spiel gesessen bin Monate ich habe meine ganze Freizeit nur mit Donkey Kong verbracht Donkey Kong war mein halbes Leben ich habe Donkey Kong geliebt natürlich auch Mario World und Yoshi's Island aber niemals so wie Donkey Kong ich bin mit Donkey Kong aufgewachsen Donkey Kong war meine Kindheit Donkey Kong hört sich gut an aber Donkey Kong war irgendwie damals mein bester Freund shit jetzt sehe ich gar nichts scheiße ja ich habe nichts gesehen hallo ich sehe nichts hört sich vielleicht blöd an aber es war so und auch heute noch ist es mein absoluter Lieblings äh Videospielcharakter ich habe den doch gerade gekillt oder bin ich oder bin ich dumm oder waren es zwei also ihr seht schon das Level ist echt fies und ja auch heute noch mit Tropical Freeze finde ich es immer noch so nice wie damals und ich kann es immer wieder durchspielen es wird nie langweilig für mich man sieht auch wie krass man sich verbessert hat über die Zeit ich hoffe hier war kein Bonus mit dem Donkey Kong Fass damals hat man noch ewig oh shit na toll jetzt hast du mal du blöde Assi jetzt hast du mal ein Fass zerstört oh ne das braucht das braucht man bestimmt hier 100 ja 100 pro sieht ja schon so aus dass man das hier braucht naja da müssen wir es nochmal machen das Level ist ja kein Problem aber was ich sagen wollte ist auch schon krass wie man sieht wie man sich mit der Zeit verbessert damals Monate gebraucht und jetzt geht das recht schnell alles schon wir sind auch gleich am Ziel oh Gott ja ich dachte ich muss über die drüber springen ist vielleicht auch gar nicht so schlecht dann können wir die Bonus Level nochmal gleich überprüfen ähm genau ich sollte das Fass hier mal mitnehmen glaube ich Moment leg es mal da hin und kill diesen Assi hier so ach nee das geht nicht außer ich jetzt ablegen müssen ich habe nämlich versucht nicht auf den drauf zu springen weil sonst verliere ich das Donkey Kong Fass okay dann ist hier wohl anscheinend doch kein Bonus weil das wäre doch schon ein wenig zu krank oder ich probiere es zwar nochmal jetzt weil man sollte nie die Entwickler hier in diesem Spiel unterschätzen die die haben immer so kranke Dinge gemacht nee das geht nicht das geht nicht man kann es es geht zwar dass es nicht kaputt geht aber ich glaube das verlangen sie nicht das ist zu schwer vor allem weil es halt schnell despawnt okay komm wechseln wir ich bin mir eigentlich sicher dass hier noch irgendwo ein Bonus war wenn ich auch nicht genau weiß wo so dieses mal nicht meine Freunde wenn die hier echt einen Bonus hinpacken wo man mit dem Donkey Kong Fass hin muss dann ja weiß es nicht was ich sagen soll jetzt hat der wieder meinen Fass zerstört scheiße man aber hier ist doch definitiv ein Bonus das weiß ich doch hundertprozentig kann nicht sein es ist hier 100 Pro Bonus ich weiß es doch so so dann beenden wir aber das Level erst mal dann sehen wir ja was uns noch fehlt oder ob uns überhaupt was fehlt aber ich bin mir ziemlich sicher oh scheiße nein ich kann nicht mehr zurück ich dachte ich kann es noch mal aktivieren fuck ich sehe absolut nichts ich sehe nichts wo ist das Fass hier ich sehe nichts das war total blind jetzt ich habe nichts gesehen ich wollte noch mal zurück und den Schalter noch mal aktivieren da habe ich aber gesehen wir sind zu weit weg verdammt noch mal wie ich hier fahle das gibt es ja nicht das gibt es ja gar nicht aber Fels gehört dazu vor allem in einem Donkey Kong Game so ich versuche jetzt auf jeden Fall dass dieses Fass hier nicht zerstört wird so legt es mal ab kill den tatsächlich hier ist ein Bonus okay dann hat es was Gutes dass wir gestorben sind immerhin das ist eigentlich einfach hier ist ein ups sagt er und fällt nach unten okay da war anscheinend irgendwo ein ein Reifen oh fuck jetzt haben wir wieder nur noch DK ah shit und das ist gar nicht mal so einfach mit Solo DK okay Sprung Sprung Warten Sprung Warten jetzt hier hinten aufpassen hier wurde ich gerade eben getroffen oh man nein scheiße das gibt es doch nicht wie ich hier rumfahle man aber zumindest haben wir den Bonus gefunden das hat ja immerhin was Gutes das gibt es ja nicht das ist echt schwer man dann nehmen wir die Bananenstarde mit jetzt schaffen wir es aber ich schwöre es wir schaffen es jetzt Achtung kurz warten diese Klapptrapp sind auch so fies und vor allem ganz vor dem Ziel kommt noch einer der ist mega fies platziert so jetzt braucht man auch gar nicht unbedingt dieses äh dieses äh on off was weil man sieht was soll ich denn gegen diesen Zinger machen bitte alter oh mein Gott das ist Wahnsinn was kommt jetzt noch da kommt jetzt noch ein Klapptrapp ja ich erinnere mich der ist so fies man was ist hier einfach nur eine Banane ja okay wir haben es geschafft yes wir haben es geschafft dann würde ich sagen gehen wir jetzt noch schnell zu Candy und speichern mal gucken wir mal wie viel Prozent wir mittlerweile schon haben sieben und neunzig uns fehlen noch vier Prozent und wir haben es geschafft Leute ihr seht schon ein bisschen kurz vorm Ziel der nächste Part wird definitiv der letzte Part sein ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal ciao Leute bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.